Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal was anderes, was wir bisher noch nicht getan haben. Denn ihr seht gerade schon die Größe meines Mods-Ordners eingeblendet. Und das hat nur zu bedeuten, dass ich meinen Mods-Ordner ein bisschen aussortieren werde. Denn ich habe einige Sachen, die ich nicht mehr so häufig benutze oder die ich einfach nicht mehr so toll finde, wie als ich sie runtergeladen habe. Manche Sachen funktionieren auch einfach nicht mehr. Und die möchte ich einfach mal aus meinem Spiel werfen. Wenn ihr nicht wisst, wie man seinen Mods-Ordner aussortiert, dann werde ich euch hier jetzt eine Verlinkung reinpacken. Und am Ende des Videos werdet ihr auch noch einmal das Video verlinkt haben. Denn ich habe schon ein Tutorial dazu gemacht, wie man seine ganzen Sachen löscht, wenn man sie nicht mehr haben will. Aber der Ordner zu groß ist, um die Sachen wiederzufinden. Denn meistens merkt man sich ja nicht die Namen, wie irgendwie jetzt diese bestimmte Frisur heißt oder so. Und ja, deswegen, es war bei mir auf jeden Fall nötig. Denn ich bin immer wieder auf Sachen gekommen, wo ich mir dachte, ey, warum hast du die eigentlich noch im Spiel drin? Und ja, also ich werde bestimmt mal wieder was übersehen haben, weil es passiert öfter mal, dass ich das übersehe. Und das ist immer so eine Sache, weil ich habe so viel drin. Und ich möchte auch nicht immer alles anklicken, weil das wäre ein bisschen too much, ganz ehrlich. Ja. Also sonst, wenn man halt wirklich alles aussortieren will, müsste man wirklich jedes Teil mal anklicken und nochmal genau überlegen, möchte ich das haben oder nicht. Ja, also es wäre von der Kapazität, wie viel ich installiert habe, wäre es nicht unbedingt nötig, weil mein Spiel lädt genauso schnell, in Erführungszeichen schnell, wie wenn ich nur zwei Gigabyte drin habe. Okay, zwei, dagegen habe ich noch deutlich schneller. Aber so fünf bis zehn, wenn ich nur noch so viel drin hätte, dann würde es genauso schnell laden. circa, also wegen ein paar Sekunden oder was, heule ich jetzt nicht so rum. Weil, ja, ich habe hier jetzt nicht so die Probleme damit. Genau, also ich habe halt doch für meine Verhältnisse viele Sachen aussortiert. Normalerweise sind es nicht so viele. Aber ich habe am Ende nochmal eine Übersicht gezeigt. Also es ist letztendlich auch nicht so viel gelöscht worden. Aber mehr, als ich es sonst löschen würde. Hier bei solchen Sachen, wie man hier sieht mit den Haaren, die sind ja nicht richtig. Die sind ja für Kinder. Und da habe ich jetzt halt dann, die wollte ich ja nicht löschen, weil die möchte ich ja trotzdem für die Kinder drin haben. Aber ich habe dann, wenn so ein Fall aufgetreten ist, bin ich dann einfach auf Sims 4 Studio gegangen und habe dann einfach das Häkchen rausgemacht bei jungen Erwachsenen oder so oder wo auch immer das Häkchen noch war. Das Häkchen wurde da einfach halt falsch gesetzt. Und, ja, da hat man dann einfach das rausgemacht und dann ist das alles wieder tipptopp. Genau, also falls ihr nicht wisst, wie man sowas behebt, wie gesagt, ihr nutzt einfach dasselbe Programm, wie ich euch das gezeigt habe in meinem Tutorial-Video, wie es CC aussortiert. Und wenn sowas ist, dann könnt ihr einfach direkt, steht dann da, mit Sims 4 Studio öffnen oder so. Ich glaube, das steht da auf Englisch, aber keine Ahnung, ist ja auch egal. Ihr werdet das schon herausfinden. Und wenn ihr Sims 4 Studio habt, dann könnt ihr da auch einfach das damit öffnen halt. Und dann könnt ihr, wie gesagt, einfach den Haken rausnehmen. Einfacher geht es eigentlich nicht. Ja, ich bin ganz froh, dass ich die ganzen Sachen jetzt rausnehmen konnte. Manche Sachen waren halt auch leider in diesen Paketen, wo halt mehrere dann drin sind. Also zum Beispiel bei den Männern, da sind wir jetzt ja noch nicht. Aber da sind dann irgendwie zehn Hosen oder so drin gewesen. Und ich wusste erst nicht, okay, was mache ich jetzt. Aber das habe ich dann auch mit Sims 4 Studio einfach gemacht. Da konnte ich dann einfach auswählen, welche Hosen ich dann halt einfach entferne. Und die sind jetzt dann natürlich nicht mehr in meinem Spiel. Und das ist mir viel lieber, weil diese Hosen einfach nicht mehr dem entsprachen, was ich wollte. Und eigentlich fand ich die auch noch nie so wirklich hübsch. Aber ich wusste nicht, wie ich die halt entfernen soll. Und deswegen habe ich mich jetzt dran gesetzt, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Mir ist es immer lieber, wenn halt die Ersteller, wenn sie halt mehrere so Packages machen, also so richtige, wo halt zehn Sachen oder so drin sind, und dass sie die halt einfach einzeln aufführen. Weil das ist einfach, wenn du es aussortieren willst und wenn du es nicht haben willst, dann kannst du es einfach rausnehmen. Weil jetzt hatte ich zum Beispiel irgendwie sechs Hosen von diesem Paket drin, die ich aber gar nicht haben wollte. Und deswegen, das muss halt einfach nicht sein. Also das war halt auch einfach absolut gar nicht, was ich wollte. Deswegen, ja. Ich habe auch ganz viele Sachen ja gelöscht, die für Postpacks waren. Also zum Beispiel so Handys oder so, die man halt in der Hand gehalten hat und keine Ahnung was. Da dachte ich mir auch so, ja, okay, die brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt. Aber, ja. Ich bin ganz froh, also, dass das jetzt raus ist, weil diese Sachen, die hätte ich niemals in meinem Leben benutzt mehr. Und jetzt sind sie einfach weg. Und dann komme ich ja nicht mehr daran vorbei und denke mir so, oh, die muss ich noch aussortieren. Weil jetzt sind sie weg für immer. Tschüss. Also, ich meine, ich könnte sie mit hier rutschneuern, dann sollte ich meine Meinung doch ändern. Deswegen, ja. Aber hier diese Kijiko-Sachenhaare, die passen zum Beispiel gar nicht in mein Spiel rein, weil es halt weder Alpha noch Maxis Match ist. Also, es ist von den Farben her Maxis Match, aber von der Art und Weise, wie die gestaltet sind, sind es halt, es ist ja kein Maxis Match und es ist meiner Meinung nach noch nicht mal Clarified oder wie das heißt. Deswegen passt es halt einfach zu gar nichts, was ich in meinem Spiel habe. Deswegen habe ich die jetzt endlich mal aussortiert. Anfangs fand ich die immer noch ganz süß, aber eigentlich habe ich dafür absolut gar keine Verwendung. Und ja, dafür habe ich mich jetzt dann entschieden, dass ich das dann jetzt hier geändert habe. Und ja, ich, wie gesagt, also manchmal muss man aussortieren und das muss man auch im echten Leben. Und das merkt man immer in solchen Momenten. Wenn man das dann weg hat, dann ist man erst mal sehr, sehr froh und ich freue mich schon, meine Sachen im echten Leben auszusortieren, wenn ich in mein neues Zimmer ziehe. Das wird auch sehr, sehr angenehm werden. Und ja, bei den kleinen Kindern haben wir auch nicht mehr so viele Sachen, die wir rauspacken. Deswegen sind wir auch schon beinahe am Ende des Videos angelangt. Und ja, ich, wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass das alles jetzt endlich weg ist. Ich hätte das natürlich auch live rauswerfen können alles, aber das wäre sehr, sehr langweilig geworden, weil als ich angefangen habe, wusste ich, okay, es wird schon einiges sein, was ich rausmachen muss. Und das war natürlich auch nochmal viel, viel mehr Arbeit gewesen. Und wie ich euch schon letztens gesagt habe, bin ich im Klausurstress. Und naja, das ist halt immer so eine Sache, ne? Und ja, deswegen, ja, akzeptiere ich mir das jetzt einfach mal so, dass ich jetzt halt vielleicht nicht so die krassesten, aufwendigen Sachen mache. Aber vielleicht bald wieder. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Bis dahin und tschüss! Tschüss!